Jo Leute, herzlich willkommen zum 10 Fragen Hack von mir und ja, vor dem Intro hier wollte ich nur noch mal ein paar kleine Informationen zu meinem Kanal gerade bringen und zwar kommen ja keine Daily Uploads mehr jetzt erstmal, weil ich hab jetzt halt wieder Schule, meine Ferien sind vorbei also und deswegen muss ich mich wieder mehr auf die Schule konzentrieren und kann deswegen halt nicht mehr so viel für YouTube machen und ja, ich werde trotzdem versuchen regelmäßig Videos zu machen, also so 2-3 mal die Woche und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach dem Intro wieder, bis gleich So Leute, da sind wir wieder und ja, nach den Zeitfehlen versuchen das ja aufzunehmen, weil ich mir oft versprochen habe denke ich, wird's jetzt klappen So, dann kommen wir zum ersten Fakt, ich heiße Kevin Zweiter Fakt ist, dass ich 14 Jahre alt bin Der Dritte, ich gehe auf ein Gymnasium Vierter Fakt, in die 8. Klasse Fünfter Fakt, ich wohne in Bayern Sechster Fakt, meine Lieblings-YouTuber sind Faisen und Button Siebter Fakt, ich mache gerne außer YouTube, spiele ich halt gerne Fußball und Basketball Neunter Fakt, ich bin circa 1,80 Meter groß Und der letzte und zehnte Fakt, ich höre im Moment total gerne das Lied Delirious von Kidding Ja, den Namen blende ich euch einfach mal hier ein Ja, ich darf ja noch drei Leute taggen jetzt, dass wir dann bei mir jetzt JustStats, Rentex und BoomerHD Ihre Links auf jeden Fall in der Beschreibung Und ja, dann könnt ihr auch nochmal beim Physik vorbeischauen, der mich getagt hat Und ja, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder Tschüss 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 Tschüss